Das Interessanteste hier bei Memeleka ist für mich der Schwertransport. Das Überbreite, die Länge wie auch die Schwere, wie man hier sieht, ist es nicht so schwer, das ist leicht, aber ein wenig länger als ein normaler Transport. Es ist immer herausfordernd, wenn man irgendwo reinfahren muss, in einem engen Ort. Das Fingerspitzengefühl muss man schon ein wenig haben, bis man hier in den Teil hineinkommt. Die Hobbys, haben wir überhaupt bei Memeleka Hobbys? Können wir diese Art machen Hobbys? Ja, ja, das ganze Haufen, um mich anweschen. Schauen Sie mal, wie er glänzt. Das ist ein Hobby von mir. Magenpflege, dann tragen wir ein ganz grosses Hobby Modellbau. Dann mein Trichlerverein, wo ich die Art kräftig unterstütze und für meine Jungs hier bin. Dann meine Kinder, jetzt, wo er gerade dabei ist, der Junior. Ich bin der Messi Frei. Ich arbeite mit Memeleka im Schwertransport. Schon seit fünf Jahren und stolzen fünf Jahren. Es macht den Alltag Freude. Memeleka Vielen Dank.